Eskalation Pinchgewehr Kann man hier auch lang Stimmt, ja doch, kann man Und Hacken Ja, Stufe 3, super Horizont des weißen Lochs jetzt bei mindestens 18 km Check einfach mal alles hier Prophet, hier Venom Command Wir sichern Sie! Schalten Sie die nächste Flak aus! Alle Einheiten vorrangiger Agenten braucht Feuerschutz! Nach Bedarf vorrücken! Over! So Gehen wir erstmal dort hinter Ich höre die ganze Zeit die riesen Viecher hier Und Gehackt Und Gehackt Und Gehackt Gehackt Mein Zeug Wolle ich mir erstmal Wolle ich es Bin ich lieber Äh Gehackt Tuttu eben Gehackt Gehackt So Gucken wir mal was schaffen hier Ich höre ich schon was jetzt kommt Gehackt Los, das Team unterschweig und beschuss! Schickt Unterstützung! Schnell, sonst sind wir tot! F Ah, fuck Ja, gut, das war meine Schuld Ich steig am besten gleich aus F Börser Team unter schweren Beschuss Schickt Unterstützung! Schnell, sonst sind wir tot! Na fuck ey Ich weiß jetzt ungefähr, wo ich hin muss Lass mich in Ruhe Schnell, sonst sind wir tot Oh, weiß ich jetzt auch Oh, hier ist es Oh, hier ist es Oh, hier ist es Oh Oh Oh, hier ist es Oh, hier ist es komm schwimm schneller Ich schaff das Okay, da kann ich das nicht machen, aber dort hinten ist es auf jeden Fall. Solange die mich nicht verfolgen, ist ja alles in Ordnung. Das war der letzte. Danke. Ist ja irgendwo noch was Besonderes. Ich bin bereit. Markieren Sie die Ziele mit Ihrem Visor. Ziel erfasst. Feuer! Ziel ist getroffen. Wer fasst? Wer ist er los? Werfer! Mörser sind leer. Sie sind auf sich gestellt. Oh ja, hängen wir das oben auf. Das ist Smoggy Mund. sohne malik Und das hacken wir da gleich mal mit. Komm schon. Ich muss noch keine Pfeile ändern. Wir haben X natürlich. Nein komm stoppen hier auch. Hacken. B. B. X. Ups. B. 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 Untertitelung. BR 2018 Na komm schon Leg Untertitelung. BR 2018 Um... ... Schaut auch gut aus. Daten? Nee, gehts nicht hoch. Oh ja. Und wieder das Übliche. Und ich kann gleich die Aufnahme unterbrechen, wenn es nichts ist. Weil ich nehm schon nur Aufnahmen, aber ich muss ja noch rendern. Okay, ganz ruhig bleiben. Wir haben es fast geschafft. Okay. Nimmst du mich mit? Oh, das war's. Ich glaube, wir haben der Verteidiger bisher mit einem schweren Schlag versetzt. Jetzt kommen wir an den Strahl ran. So, ich komme runter. Ja, das ist für Link, ja. Das ist für Aztek, auch wenn ein Arschloch war. So, und in der nächsten Folge stoßen wir dann zu Psycho vor, aber dann erstmal in der nächsten Aufnahme und Folge. Und das heißt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018